. 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 Wenn ich Panke über die Woche ist, ist doch etwas, was jeder beblügt. Wenn ich Panke über die Woche ist, ist doch etwas, was jeder beblügt. Ich bin viel unterwachsen im Mischen. Ja, sie ist auch gelb. Der Baselbauter, kennst du keinen? Ja, ja. Das war mein Oberstreicher. War der? Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ich irgendwie so alternativ gesehen habe, ist das alternativ, was auf die Kleppung ist, also gerade alternativ. Vorkenbeere, Bärbühne. Was ist jetzt drin? Du, Bär. Bist du mit den roten Bären? Mhm. Witz in die Giftung. Ja. Oh, so ein bisschen Steher. Vielen Dank. Vielen Dank.